Guck mal! Wir haben auch keine Folgen gehabt. Wir haben... So, jetzt machen wir noch... ...Frei keine Falle. Da kommt der Rutsch von der Kuhmerei zu stoppen. Es ist schön und wunderschön hier, alles wunderschön hier, im bürgischen Land Künferlitz. Und ja! Oh, das ist für das 4.500 Oh, das ist für das 4.500 Oh, das ist für das 4.500 Oh, das ist für das 5.500 Aber jetzt haben wir ein Gesamtkindzeichen. Das war jetzt von Februar bis November. Jetzt werden wir fahren. Ich habe es noch nicht. Das wollte ich aber schon mal sagen. Und das bleibt. Glückwunsch. 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 Oh Oh Gott, ich kann es hier und 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 Oh La 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 So, ich zieht die Leute ab, die Rechte abrufen, ich liest ab in die Leute, aber da war es noch eine Worte. Nein, da war es noch eine Worte. Nein, da war es noch eine Worte. Es ist Öl. Also, die Rechte abrufen, in der Karton, was wir sehen, dass das Geraden ist. Ja, ich hole mich, die Rechte abrufen. Ich bin ja sicher, dass das Geraden überzuzeichnen, aber auch das Geraden geht. Ich habe das Geraden, wo es ausgesprochen hat, was ich. Ich bin ja sicher, dass ich die Rechte abrufen habe, in der Künstler kam. Ich bin ja sicher, dass ich das Geraden abrufen habe. So, was ich euch mal sagen wollte, zu dem Vogel, der Vogel hat 3,5 Tonnen, weil da habe ich jetzt vorhin vergessen, in dem letzten Video noch zu sagen. Also, das letzte Mal über 3,5 Tonnen gefüllt der ganze Wohnmobil. Ja, jetzt kann man aber wieder zu oben sein. So, alles. Ja, komm. Ja. Ja. Ja, vollkommen. Ja, vollkommen. Hö. 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 Dann müssen wir uns frisch los rein kommen. Ja. So Wow Cool 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 Das war's. das ist ja geil das ist ja geil aber leider kommt er nicht so gut rüber über die Kamera leider nicht ja, komm gucken irgendwann geht es nur noch wie ich da 340 kann ich kaufen irgendwann ja, mal gucken vor allem ist das alles zu teuer ist momentan ja moin ja 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 ja